Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es wieder um Anthem und zwar um den nächsten Livestream, denn der wird nämlich heute am 29. November um 22 Uhr online gehen. Um sicher zu gehen, habe ich aber nochmal hier im Chat nachgefragt, wann er denn jetzt in deutscher Zeit online gehen wird und dort wurde geantwortet, 22 Uhr. Hier links in den Streaming-Panels werden aber auch nochmal die Zeiten aufgelistet für Amerika und auch für Europa. Wenn ihr Lust habt, guckt da gerne rein. Für die, die aber keine Zeit haben, werde ich den Stream natürlich wieder aufzeichnen und alle Infos in einem kurzen Video zusammenfassen. Ja, das wäre es dann eigentlich auch wieder gewesen. Ich wollte euch darüber nur ganz kurz in Kenntnis setzen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Oh!